No, I can hear it! No, I can hear it! The Paul Rider? Yes! No! 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 Ihr will... Ihr will... Ihr wollt mich... Ich hab sie übersehen. Ich habe die Batterie übersehen. Das gibt es doch nicht. Natürlich nicht. Nein. Warum sollte das auch gehen? Admin-Block. Okay. Das gefällt mir nicht. Ach, ich bin los. Okay. Oh, fuck you! Vater Martin? Hm. Ich kann sagen, wir sind die gleiche. Du wirst immer wissen, was wirklich ist. Äh, ja, durchaus richtig. Hey, du siehst aus, wie der Typ, der getanzt hat. So ein bisschen. Äh. Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragt nämlich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebende Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Keine Ahnung. Batterien? Eventuell, vielleicht. Alter. Irgendwo. Batterien. Bevor ich hier weiterlaufe. Hast du ne Batterie? Nein. Warum frage ich überhaupt? Ich hab das Dampfegefühl, da will ich hin. Da hinten. Wo ich hier weitergehe. Oder will ich hier nicht hin? Das ist eine gute Frage. Hast du ne Batterie? Du hast sogar zu... Nice. Hab ich doch gerade gemacht. So, sehr gut. Was Janni mir gesagt hat, ich spiele auf Albtraum und da kann ich nur zwei Batterien mit mir rumtragen. So, abseits von der, die ich noch in der Kamera habe. In der Kamera. Das heißt, ich könnte in der Theorie jetzt noch eine Kamera vielleicht mal eine Batterie aufsammeln. Mehr nicht. Wenn ich dann noch eine aufsammeln würde, dann würde die verloren gehen. Das wollen wir ja nicht. Das ist ein bisschen doof gelöst, muss ich zugeben. Aber hey. Hinunter. Hinunter. Vielleicht. Auch nicht. Oh, er speichert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Male? Female. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Da ich noch keine einzige Frau hier gesehen habe, gehe ich mal hier hin. Ah, wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ne. 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 No go. Na gut. Na gut. Dann eben doch mehr Männer. Äh, noch mehr Männer. Okay. Das Spiel scheint sie in den Griff gekriegt zu haben. Was die Lags angeht, das finde ich gut. Ich frage mich, wo das hoch geht. Äh. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Ne. Vielleicht nicht. Nein. Das soll nicht. Was? 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 Was zur Hölle war das gerade? Was ist das? Ah, okay. Also wieder hier hin. Auch wenn ich das nicht gut finde. Ich gehe rechts lang. Auch wenn es fraglich ist, ob das irgendeinen Unterschied gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Ah doch. Hier hätte ich gar nicht lang können. Sehr gut. Gute Wahl. Ach, das ist die Tür. Durch die ich nicht durch... Alter! Durch die ich nicht durch konnte. Nee, ist sie nicht. Bist du auch einer, den man... ...ne Maske aus Fleisch aufgesetzt hat? Ja, beziehungsweise dem man den Mund zugestopft und zugenäht hat. Okay, okay. Ist ja gut, Mann. Aha! Okay, ein bisschen dunkel. Ich mache viel zu viel Krach hier. Das scheint nicht so großartig viel Unterschied zu machen. Ach, hier bin ich. Ich frage, was will ich hier sein? Ich glaube nicht. So, ich bewege mich langsam da hinten hin. Wo muss ich als nächstes hin? Da habe ich was gesehen. Hi! Hallöchen! Wohin, Kinder? Wohin? Muss ich hier hoch? Nein. Oder doch? Nee. Vielleicht auch. Muss ich doch wieder hoch? Vielleicht muss ich da gar nicht hin. Hier ist ja gut. Ich weiß, dass die eben Batterie gleich leer ist. Deswegen haben wir ja noch eine neue. Yay! Oh, so. Wer ist da immer noch zugange? Kann ich da denn hoch? Eigentlich ja dann, ne? Ja. Dann gehe ich doch da hoch. Hüah! Ja, los, hoch! Und die Treppe hoch. Oder finde ich hier noch was? Finde ich hier noch was? Da finde ich noch was. Die Musik hilft nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Von wo kam das denn bitte? Was ist so ein Ding? Okay, da kann ich... Da will ich aber hoch. Ich möchte alles erforscht haben. Nicht, dass mir hier noch eine Batterie entgeht. Oder eine Notiz oder so. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Auch wenn es mich wundern sollte, wenn hier eine Notiz rumfliegt. Weiß ja nie. Zumindest gibt es eine Batterie. Ha! Na gut, dann raus hier. Oh, Notiz. Sehr schön. Bin schon schwach, kalt. Es blutet immer noch, aber es tut nicht mehr weh und ich hab fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um eine Dämonen zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hüll. Hüll. Da haben ihm dann wohl die Kräfte verlassen. Okay. Es wurde also ein Dämonen beschworen. Beziehungsweise sollte ein Dämonen beschworen werden. Klingt ja schon mal sehr sympathisch. Das Vorhaben. Vielleicht keine so gute Idee. Aber das haben die mit Sicherheit inzwischen auch schon festgestellt. Oh. 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 Das gefällt mir nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Walker ist hier. Walker ist hier. Ich hab die Ketten gehört. Das gefällt mir nicht. Nein. Nein. Was soll. Ganz ruhig. Ich hab den Vorhang. Von vorne gehört. Geht's natürlich nicht lang. Ist auch so einfach. Okay. Hier geht's generell nicht lang. Alles klar. Von da komm ich. Das ist nicht gut. Weil der hier nirgends so rum. Sint. Oh nein. Ich hör ihn. Ich hör ihn. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Nein. Da muss ich hoch. Oder wie? Kann das sein? Kann das sein, dass ich da hoch muss? Vielleicht rennt er auch gar nicht hier. Hier oben rum. Äh. Ich mein hier unten. Vielleicht rennt er ja oben rum. Ich kann das einfach nicht lassen. Hier alles zu erkunden. Es ist. Aber natürlich gibt's hier nichts zu holen. Ich mein. Was soll's hier auch zu holen geben? Was ist? Oh fuck. Fuck. Da ist er. Da ist er. Du siehst mich nicht. Alles gut. Du siehst mich nicht. Uh oh. Dahin. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hoch. Hoch. Hoch, 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 hoch. Hallo. Ah, hallo. Hallo. Der kommt nicht hoch, ne? Der kann nicht hoch. Der kann nicht hoch. Alles gut. Alles gut. Nein, der kann nicht hoch. Oder? Kann er doch? Nee. Nee, 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 nee. Alles gut. Hä, wat? Was tun wir denn für Sorgen? Oh. Okay. Ähm. Alles gut? Alles friedlich? Oder? Hier haben wir es. Oh, eine Batterie! Immer her damit. Immer her damit. Jo, vielleicht. Nicht. Mailboard. Okay. Oh, Mann. Es geht tiefer runter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Warum zur Hölle wird eigentlich hier der Herren-Trakt ausgeschildert in der Kanalisation? Zerbrechlich. Hallo? Ich möchte dich... Ich möchte dich... Wat? Ah, siehst du. Jetzt fängt es wieder an zu laggen aus irgendwelchen Gründen. Oder war das gerade ein Speicher-Lag? Ich habe da nicht drauf geachtet. Gibt es da sowas? Gibt es hier sowas? Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum. Tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Warum will ich den überhaupt öffnen? Gute Frage. Da bin ich echt froh, dass es kein Geruchsspielen gibt. Na los, geh hoch. War ich hier das Hauptgeschoss der Männerstation? Danger! Danger! Danger everywhere! Hm. Hey. Sheep! Ach, ich muss gedrückt werden. Hüe! Los! Weiter! Dass es nicht alles gibt hier. Hallöchen. Ach, hier ist vor kurzem noch einer gewesen. Und durch das Blut gelaufen. Sehr schön. Hallo! Jemand da. Umso besser. Ach, geht nach innen auf. Hallo? Ah, okay. Was steht da? Fingers first. Then balls. Then tongue. Autsch. Ach. Je weiter ich fliehen möchte, desto täfer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert. Mit Methode. An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Ach, ja. Das erklärt einiges. Also es erklärt zumindest die fehlenden Hoden von dem einen Typen, der dazu genäht wurde. Beziehungsweise da hat ja alles gefehlt bei dem. Kann ich schieben? Na komm. Machen wir mal schieben. Schieben wir mal. Ich liebe die Gefahr. Hallo? Hört's noch raus? Ne? Nicht? Kein Interesse mehr? Du wolltest doch gerade noch rein. Alter.